Das ist Jonas. Jonas hat heute von seiner Mama Taschengeld bekommen und die investiert er natürlich. Direkt sehr schlau. Was denn große, damit hol ich über 50 Pult Vita-Mail? Danach schau da ein erstklassiges Fußballspiel in seiner Lieblingsmannschaft. 20 Uhr wird es dann aber Zeit für die Ausaufgaben. Mama, so eine Kramatte von Ausaufgaben werde ich ganz wuselig. Was denn, Mama?